Ne, die roten Beeren wolltest du hier haben... Gewicht 93... Jaa... Momentan bringt das noch nicht wirklich was. Kannst du jetzt mal essen. Okay. Oder vergammeln lassen. Oder so, ja. Oder so. What the fuck? Was ist das für ein extremer Regen gerade? Ist ja auch noch so richtig geil hier. Und jetzt... Wie ist das der Hack? Hä, wo bin ich denn zu schwer? Ich hab 93... Okay... Holz fiegt ganz schön viel. Na gut, hab jetzt über 100 Holz schon wieder mit. Ja, 100 fiegt ganz schön viel. Ah ne, jetzt kann ich wieder rennen. Komischerweise. Ne, da muss ich nicht hin. Da muss auf den Ausbau achten, ne? Alles egal. Ne, ne, die ist alles gut. War Gewicht. Hat er unten links an der Zeit. Mhm. Okay, ich seh dich. Ja. Kann ich jetzt noch Speer zünden und wechseln? Was machst du da vorne? Ernten. So, ernten nennt man das. Klar. Sammel mehr. Sammel mehr. Sammel mehr. Kannst du auch mal machen. Ja. Hallo, ich komm doch wieder mit ganz viel Holz. Hm. Und ein bisschen Stein, ein bisschen Metall. Und AA hab ich gemacht. Hm. Hahaha. Hahaha. Ich mag das. Ich mag den, wenn der AA macht. Sagt eigentlich, äh, Holz. Hup, 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 hup. Was sein? Ist ihr schlecht oder so? Hau mich da nicht. Hab mich da nicht gehauen. Doch. Oh, gekriegt. Junge. Sam, hau mal ab mit dein Speer. Da ist die Foundation. Darf ich den Brontosaurus angreifen? Nee. Schade. Oh mein Gott, wir haben auch kaum Essen noch. Okay, ich geh gleich auf Essen, tu noch schnell. Hier hast du 39. Hier hast du noch ein bisschen fetched. Guck nochmal 100 Holz. Hier hast du zur Not ne Fackel noch. Hab ich halt geschissen. Hab ich ja so schön gekackit. Ne, das warst du. Alter, Stampfie ist gerade hier. Stampfie, mach nix kaputt hier. Ich hab wirklich ein hässiges Drecksvieh. Das Problem ist, der macht das kaputt da. Durch meine Fresse bebt das. Aber durch sein Beb macht das auf jeden Fall nicht kaputt. Ja, der ist draufgetreten, aber ist highgeblieben. Warte mal, hier war doch grad so'n komischer Ledersaurier. Warte mal, hier war doch grad so'n komischer Ledersaurier. Oh, ich muss das jetzt nennen. Was ist der Ledersaurier? Ja. Alter, jetzt, du bist doch ne Ratte. Wer? Der vergräbt sie unter dem anderen. Ja. Ich muss eben kurz anders. Was passiert vielleicht? Ja, ich weiß. Yolo. Bleib hier. Ey, du hässiger Brot, du vermisst dich. Du hast ja beide die Erfahrung dafür kriegen. Ja, weil ich's nicht machen wollte. Ich wollte nämlich hier ganz schnell dran und mal eben. Ey, du dämlicher Bronto, du machst ja echt alles kaputt. Ja. So. So. Das wollte ich machen, ey. Alter, der ist doch nicht wahr. Der rennt dir die ganze Zeit nur hinterher, ne? Ja. Hast du irgendwie keine Feinde oder so? Irgendwie hab ich grad voll Bock, den anzugreifen, weißt du? Entleer dich und... Nee, mach das nicht. Ja, guck, was der andauernd macht. Am Haus braucht man denn noch. Ja, weil... Die Foundation sind's allerheile. Ja. Außer die jetzt hier ein bisschen. Wenn du auch drauf tretest, dann geht das kaputt. Ich brauch noch ein bisschen Sage. Ja, dann geh sammeln. Vielleicht aus und dann... Wenn du willst, können wir zusammen angreifen. Ne, ich greif den nicht an. Ich kann sie schön alleine angreifen, wenn du willst. Wir können doch hier zurück spawnen. Ne, ne, ich möchte ihn aber nicht angreifen, dankeschön. Mein Leben ist mir manchmal lieb. Ja. Ja, aber wir können hier direkt entspannen. War zu wenig Sage. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 haut er mich einfach immer hier wochen lagerfeuer weil du mich mit dem lager gehauen hast, oder was ist das da? ich hab klein noch nen sperr, du hast vernaxt ich haue dich nur mit der faust und du? hallo rache haben wir noch friends? hab wir alle momentan warum nimmst du eigentlich gleich immer alles? weil das meiste, ja weißt du du grabst gleich den ganzen rest ja ok, ich mein das nicht reparieren hier, was ist das? fehlt mir denn hier fetched immer diese fetched fetched ich hab gleich nen Anfall, fetched das Gesicht so, jetzt machen wir mal nen Lagerfeuer hinsetzen use item dankeschön äh mit holz und gebe ihm ok ich geh nochmal schnell in holz sammeln oder hinten kann ich dagegen gehen ich hab zu wenig speere das ist ne kotikum kann ich jetzt auch machen ach so, du musst es jetzt, hast es jetzt auch gelesen? ja, weil ich das wurde nicht aufgebaut ich habe auch sparkpoder gelernt ne? ich hab jetzt gar nichts gelernt warte mal, ich nehme erstmal das ist noch irgendwo holz ich hab jetzt auch so viel leder, jetzt auch noch so viel fetched auch noch so viel Fiber ich muss die Kiste mal ein bisschen sortieren warte mal, ich tue mal die Seeds von der Rechten ja, so zieht doch das ist doch nicht alle Schmiede in die Linke doch Standing Torch könnten wir eigentlich auch machen lernen weil dann können wir ringsrum ähm, Lichter setzen tu mal in die Linke nur was was Futter ein bisschen was wert wenn wir das so machen würden so ähm hier ist Futter drin in der Linke Fiber FUDA guck ich das erst geschrieben hab FUDA haben wir kein Fiber und kein Wut mehr? doch ne, äh Fiber, Moment hat der Fiber Wut, Wut haben wir gar nichts mehr, nein ok na gut muss ich mal was vorhin gehen ja na, ich hatte noch ich hab jetzt die halt unsere Fiber ein bisschen neugelang war meine Axt sehr komischerweise weg vielleicht gut die ich eigentlich in die Kiste getan hab meine war auch kaputt müssen wir auch schon eine neue machen Lolo ich hab die Ei in die Kiste getan ist unser Captain Nervensäge eigentlich noch der mit wie die Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020